Hallo YouTube, ganz kurzes Video, weil letztens wieder mal die Diskussion hochgekocht ist bezüglich das Gute, das Beste Öl für Messerpflege. Hört bitte auf mit diesem scheiß Ballistol, das hat einige Nachteile, weswegen ich es schon seit Jahren den Leuten immer versuche auszureden, das ist halt so ein Ding. Das wird eine Generation wahrscheinlich in den Köpfen bleiben, Ballistol kann vieles, aber nichts richtig. Meine Empfehlung, Brunox Lubrifood, Brunox ist eine Schweizer Firma, die wirklich hervorragende Öle herstellt. Das hier Lubrifood, wie der Name schon sagt, schmiert Food essen. Das ist also für die Lebensmittelindustrie entwickelt worden, das ist also lebensmittelecht, hat hervorragende Konservierungs- und Schmiereigenschaften, ist ein bisschen teurer als Ballistol, aber es lohnt sich. Mit so einem Bläschchen komme ich ziemlich lange hin, gibt es auch größer, habe ich früher auch selbst verkauft auf Messen, nur die Zeiten sind rum, das gibt es bei Amazon, könnt ihr mal gucken, meine Empfehlung, kauft euch bitte das. Das soll es gewesen sein, vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald, bye bye. Das soll es gewesen sein, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuschauen,